Moin zusammen Freunde, grüße euch zu diesem Video. Ich habe ein paar interessante Artikel für euch rausgesucht bezüglich dem Thema Elektroauto und der Elektromobilität im Allgemeinen in Deutschland. Und das ganze System ist ja wirklich kritisch. Man muss ja wirklich, wirklich ganz kritisch darüber auch sprechen, wie instabil dieses ganze System ist. Sei es über die Energieversorgung, sei es über die Möglichkeit, wo man überhaupt ein Elektroauto aufladen kann. Klar, zu Hause mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Garage mit einer Wallbox ist das bestimmt deutlich komfortabler, sagen wir es mal so, als wenn man in einer Mietswohnung wohnt und irgendwo gucken muss, dass man halt beim Aldi-Parkplatz oder sonst im Supermarkt parkt oder vielleicht irgendwo in der Stadt, wo dann zum Beispiel auch die Stadt München, glaube ich war es ja, hingegangen ist und die Preise einfach mal exorbitant erhöht hat für das Elektroautoladen. Wo es dann fraglich ist, lohnt es sich überhaupt noch? Zahle ich jetzt ebenso wie für einen Verbrenner, ca. 8 Euro, 12 Euro in dem Bereich, pro gefahrene 100 Kilometer, respektive mit meinem aufgeladenen Strom in die Batterie. Und dann fragt sich, muss man sich ja halt wirklich fragen, ist das noch ein sinnvolles Konzept, das dahinter steckt? So, und jetzt kommt hier die nächste Nachricht, bei Giga gelesen. Kahlschlag bei VW. Autobauer stutzt Verbrennerangebot radikal. Und hier geht es speziell darum, dass man jetzt mittlerweile so in Branchenkreisen schon ein bisschen darüber hört und am Philosophieren ist, welche Autos aus dem Verbrennerbereich würden denn bei VW in den nächsten Jahren wegfallen, man nicht mehr bestellen könnte. Und das sind tendenziell ja gute Autos, solide Autos, die auch einen guten Absatzmarkt finden und beliebt sind. So zum Beispiel ein ganz kleiner, ein VW-Up beispielsweise, ein VW-Polo. Und danach ist man natürlich von der Fahrzeugklasse auch schon direkt bei dem beliebten VW-Golf. Aber warum auf der anderen Seite, muss man ja fragen, sollte ein VW noch hingehen und weiterhin diese Fahrzeuge produzieren? Weil hier steht es ja auch, bis 2030 sollen viele Benziner und Diesel der Neuausrichtung auf Elektroautos weichen. Und das ist ja nur ein logischer Prozess und Vorgehensweise von VW, weil wo geringere Nachfrage ist, warum sollten sie das produzieren? Und man sollte mittlerweile, das ist auch für mich, hat es relativ lange gedauert, bis ich da ein Verständnis für aufgebaut habe, sollte sich auch überlegen, warum sollte VW denn überhaupt noch Verbrenner bauen? Erstens der Absatzmarkt, der Zusammenbricht, den hatte ich gerade angesprochen. Und zweitens natürlich die Situation, wir haben ja Milliarden, nicht Millionen, sondern zig Milliarden Euro in die Umstellung der Produktionswerke, teilweise für Neuproduktion von Werken bezahlt, die spezialisiert sind auf die Produktion von Elektroautos. Also muss man ja dieses Geld auch erstmal wieder reinwirtschaften, indem man Elektroautos produziert und Elektroautos verkauft. Das ist doch der wichtige Punkt. Wir sehen hier einfach, dass dieses politisch getriebene Konzept Elektroauto auch durch verschiedene Maßnahmen und so weiter, wie zum Beispiel die Förderung auf Elektroautos, die ja vom Staat kommt mit 3.000 Euro und von den Herstellern mit bis zu 6.000 Euro, nee genau umgekehrt, 3.000 Euro vom Hersteller und 6.000 Euro vom Staat, weil wir das ja alle bezahlen, dass dieses Konzept nur so aufgeht. Und genauso, wenn man sich über die Batteriesituation dann unterhält. Erstens, wie sieht die Versorgung aus? Sprich, wo kommt das Lithium her? Lithium ist dann preislich wirklich durch die Decke gegangen. Genauso ist es natürlich auch, wie werden die Fahrzeuge produziert? Wie lange hält eine solche Batterie? Und das ist nämlich der zweite Artikel hier bei 24auto.de gelesen. Kostenfalle Elektroautoakku. Wechsel ist fast so teuer wie Neuwagen. Warum sollte man denn ein Elektroauto kaufen und sagen, also wenn ich einen Neuwagen kaufen würde, dann würde ich ja sagen, ja den kaufe ich, da investiere ich jetzt richtig viel Geld, bin ich der erste, der in den Sitz pupt und dann habe ich die Möglichkeit, das Auto fünf Jahre, vielleicht sogar acht Jahre problemlos zu fahren. Beim Elektroauto wäre ich mir persönlich nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert, dieses Konzept. Bei einem Verbrenner weiß ich das. Wenn ich ein gutes, solides Fahrzeug kaufe und jetzt keine Namen nennen, dann weiß ich, der schafft problemlos 150, vielleicht 250, vielleicht sogar mehr der 1000 Kilometer. Bei einem Elektroauto und speziell bei der Batterie, die dort verbaut ist, oder von mir aus auch der Akku, da ist das eine schwierige Sache. Und wenn ich dann natürlich hier solche Sachen höre und lese, und das ist bei Tesla genauso wie auch bei deutschen Herstellern wirklich ein ganz kritisches Problem. Akku komplett getauscht werden. Kann der überhaupt getauscht werden? Wie aufwendig ist das? Steht das in einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich? Oder hat man die Möglichkeit, das zu machen? Und was kostet das dann schlussendlich? Dann macht das doch keiner, weil es nicht finanziell tragbar ist. Und was ist das Problem daran? Wenn ich mir solch einen Klotz, im wahrsten Sinne des Wortes, ans Bein lege und solch ein teures Fahrzeug kaufe, gehe ich das Risiko ein für, ich sage jetzt mal Betrag, 50.000 Euro so ein Fahrzeug zu kaufen, nach 5, 6, 7 Jahren nicht mehr das Fahrzeug für 10.000, 15.000 vielleicht noch erst wert zu verkaufen, sondern für 5.000 Euro oder vielleicht noch weniger. Und das ist ein ganz großes Problem. Und dieses Konzept, ich habe ja gerade über die Förderung von bis zu 9.000 Euro, 3.000 vom Hersteller und 6.000 Euro vom Staat gesprochen, dieses Konzept geht nur deswegen auf, weil es an eine geringe Haltedauer gebunden ist, sprich 6 Monate, Robert Habeck plant ja das Ganze zu verlängern, auf 12 Monate Haltedauer. Ja, warum sagt er denn nicht 24 oder 36 Monate? Natürlich, weil die Leute diese Situation um Akkus und so weiter kennen und man nicht ganz genau weiß, was ist denn dann damit. Weil wer kauft denn ein gebrauchtes Elektroauto? Ganz wenige sind das, meiner Meinung nach. Schreibt mal eure Meinung zu den Themen gerne unten rein. Daumen hoch fürs Video, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.